ja okay hallo und herzlich willkommen zu einem let's play mit den uge ist mit mir hallo leute das wird nichts muss doch nicht immer alles perfekt sein und mir fuhrkiller es ist das letzte let's play also jeder ist mal klein angefangen ja naja dafür dass wir relativ weit sind wenn man mit irgendwie mit level 2 so leech of legends let's play macht und so ganz unten anfängt dass das wäre so typisch das let's play aber die vorstellung ist ja nicht gerade das wichtigste das darüber jetzt nicht diskutieren das kommen bisschen doof das können wir alles rausschneiden dann fehlen zumindest 30 sekunden naja ist ein bisschen doof also auf jeden fall zeigen wir euch heute die destroyer bot lane gegen wahrscheinlich katharina und blitzcrank ich habe die gegner die gegner haben eine queen im jungle könnte auch etwas das wäre blöd gewesen für unseren jungler auf jeden fall müssen wir das ordentlich hinkriegen hier weil wenn alles scheiße ist das ganze game scheiß leute dieser echo in der mitte ist nervig aber richtig nach sagte echo main naja main nicht ganz ich arbeite dran super gleich erster grab ja schlafen wie konnte ich dem echo mehr schaden machen dabei hielt er mich am meisten machen meine space sandras basic damage das bild ist nicht gerade entscheidend wenn manche auch hier steht ein wort drin ich krieg krebs ich habe erstmal erkennen mir hier gelockt hallo jetzt wird erstmal die gegnerische karriere verpiss ich alt alter hab ich auch voll vergessen ok der boi hat kein flash mehr super siehst du so geht's doch so geht's doch voran warte macht das wirklich gut das ist unsere alte bordling junge meinst du den ja mann alter so hat so aber auch wahrscheinlich nicht wirklich also ich habe meistens nur den ersten ran geholt und die anderen sind schon frei in den tod gerannt also naja war früher zu op alter der hat einfach immer mit der queue ich habe immer fast die man muss aber ich sagen also die habe ich eine behinderte kombo gerade katharina blitzkrieg könnte sich im late game vertragen aber nicht im early nicht unbedingt weil kata ist nicht gerade ein range na und der echo stellt sich auch nicht unbedingt super an ich mein der ist ganz in ordnung aber ich sollte mal lieber ich hätte mal lieber backen sollen also ein bisschen das ist jetzt das zweite mal schon dass seine passive droppt ja so na der schießt immer so eine q daneben soll er doch sein man auch verstehen wo ich habe so scheiß ich muss noch besser lassen was habt ihr was ich habe 19 ich habe 28 ich bin mit laner passt auf ich würde ich gleich nur eine das könnte auch höchstwahrscheinlich passieren jetzt haben sie jetzt haben sie einen plan jetzt haben sie einen plan entwickelt ja 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 warum job warum job mein schild nicht natürlich gegnerischer blitz können gleich 15 mal nacheinander bei mir nicht einmal passiv ist einfach weg rito plis alter macht der schaden jetzt macht er doch schaden ach loll der gegnerische blitzkrieg ist ein ap blitzkrieg er guckt sie doch an der hat kein support item der hat dorans ring ja was soll doch bitte supporten also ich konnte auch nicht mal ulten so eine kacke die hat mich da jetzt in grad rausgezogen wo ist der jungler eigentlich in der base gerade da bewegt sich gerade ja mal wieder schön dass er mal den arsch hochkriegt die scheiße es gerade läuft ich hoffe dass du hast jetzt echt nicht gekriegt dass denn dein ernst was jetzt nicht gekriegt das wäre ein outfit gewesen warum was gibt denn was fakt denn ab nicht skype ich muss die ganze zeit auf stlg drücken warum machst du warum ja weil ich dann die ganze zeit so ein echo habe das hört man doch gar nicht irgendwie ja weil ich die ganze zeit hier auf stg drücke wenn ich rede ich komme ich komme ich komme man diese 0,2 colon hätte ich den blitzkrieg perfekt gräben können pass mal lieber auf dass du nicht gekriegt wird das könnte ziemlich hässlich für dich ausgehen ja ja ich bin direkt tot kann mal gucken wenn ich holen kann dieser jungler ist so kacke ich kann ja gar nichts machen was traust du dich eigentlich da habe ich aber glück gehabt ja wir haben die vollout geblieben also immer ein nach dem anderen immer so die haben total dumm zusammen gespielt aber richtig dumm jetzt rennt die quinn da durch den tower wie oft hat die denn ignite meine fresse alter haben wir jetzt gut aufgeholt das war richtig gut heißt das haben wir sie haben wir sie halt Alter. Blitzcaring 101, Cutter mit Ulti. Super, girl. In was für der Welt sind wir gelandet? Ja, Koke, ich hab Lissandra schon mit dem Farm überholt. Du fühlst dich irgendwie immer herausgefordert, egal was man sagt. Hallo, du bist der verdammte Liebste. Nein, ich will immer am meisten Farm haben. Hallo. Keine Ahnung. Jetzt streitet euch nicht. Nein, ich will generell am meisten Farm haben. Ich will, ich will, ich will. Bilde dir nichts drauf ein, Justine. Ich muss einfach. Nicht wirklich. Ich will. Du müsstest, ja, Mitländer müsste eigentlich auch mal SS sagen. Äh, du, wir haben den vorhin getötet, der kam neu auf der Lane. Der hat sich nicht mehr gemeldet. Ey, die haben echt Samana Spells, als gäbe es echt nichts bis zur Vergasung, ne? Und ich bin jetzt kein Nazi, oder so. Ich komm, lass dir los. So macht man das, so macht man das, nicht anders. So, jetzt hier SS, ne? Jetzt ist er wirklich weg. So, danke. Da ist, da ist doch der Echo. Super. Verdammt den Thorsten. Idioten Place. Ja. Hä, was macht der da? Die Katharina lacht sich gerade ins Fäustchen. Ist das dein verkackter Ernst, Justin? Dodgen. Ja, ich weiß, aber... Wenn du es weißt, wieso tust du es nicht? Nein, genau wo ich hinged... Weil ich hab direkt gewusst, dass der da hingrabbt, aber ich dachte... Na, keine Ahnung. Der Minion ist verreckt. Natürlich. Wer hat mehr geslowt, als irgendwo anders hier. Vor allem, die haben immer Ignite. Ich weiß nicht, die haben immer Ignite. Ich glaube, Ignite hat auch noch so eine große Abklingzeit. Ja, was hat die denn für eine Abklingzeit? Also, 11. Minute und die haben uns, glaube ich, jetzt schon achtmal Ignite. Und das ist jetzt kein Witz, die haben uns... Äh, gilt das Passiv eigentlich auch für die Summoner Spells? Würde ich nicht sagen, weil Blitzcrunk hat er auch schon wieder so oft Ignite. Na toll. Mich stört irgendwie, dass die Kater 33 steht, obwohl die mega scheiße ist. Also, das ist das ist das. Okay. Gut. Mmh. Okay. 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 ja ich muss erstmal die chance dazu haben natürlich pflicht so an kata vorbei die werden das ist wirklich ein ap blitzkrieg der gegner ach wir packen das das schaffen wir schon werden wir auch packen naja aber dass ich als mitländer der die ganze gegangt wird aber mit einem farm knapp hinter dir stehe ist relativ gut guck dir mal die farm der anderen an da stehe ich relativ in ordnung ich bin im jungle alter das ist einfach nur mega unfair die alte ficht davon mit 700 movement speed hinterher oh mein gott was macht der echo hier pass auf den echo auf pass auf den echo auf stopp babysitting aber war das nicht gerade ganz in ordnung ging also da hättest du auch locker einen quadra kill holen können nein du weißt dass ich nicht so gut bin Arschgeige ich hätte mir gern wenn sie noch einen support holen und heimlich mal kurz mit ein paar Keksen und uns mal den echo und das schaffen hier also ist er die europäische Porten das zeigt das zeigt die dringlichkeit dieser sie helfen brauchen nur ein ich habe ja auch bekommen mich nicht das ist gut so jetzt habe ich dich wieder mit dem farm zwar nur um drei aber das ist ganz in ordnung alles halt der an echt alle zwei sekunden ihren scheiß halt die klappe du blödes mist stück der kam nicht einmal denken irgendwie ja deswegen deswegen das war der 1 ironie also die gegner kleben eigentlich bei uns so die ganze zeit was macht er dafür eine komo wer welche quälen meinst du der ließe das war doch gut oder nicht ja das hätte ein bisschen besser machen können also es stand jetzt gerade noch fahrt ich komme ich friere den blitz ein ihr könnt ihn gern töten solange ich ihn einfrieren darf was das ist kata das ist doch primär glaube ich auch pass auf hat er auch hör doch auf im zickzack zu laufen kommen die holen wir uns endlich mal achtung eco fehlt und und riven top lane fehlt mann oder mal feld er jetzt train machen Vielen Dank. Ja, mit Clan Tower ist weg. Der erste Tor in der Feld. Nein, Botlane war schon zuerst. Lass mal hier zu... Habt ihr gerade gesehen? Ich hab ihn gerade Cutter entgegengegnet. Was ist denn da? Fahm, du in Ruhr, Justin. Ich geh mit Luca auf die Midlane. Okay. Das war richtig unnötiger TP. Also wir hätten von hinten viel besser reingehen können. Ja, ich wollte sie einfach nur irgendwie überraschen. Weil manchmal realisieren die das gar nicht. Dann mach ich immer zack, Ult, dann sind die so gut wie tot. Ja, was einmal... Du denkst noch nicht so wie ein League of Legends Spieler. Oder wie ein langjähriger. Echt jetzt. Ach, hat er den jetzt gekriegt? Gut. Ja. Wer lebt denn von den Gegnern? Komplett pushen. Eko und Riven. Pass auf, Justin. Riven und Eko fehlen. Na ja. Ja, ist Riven. Na, Eko ist hier und dann auf Blitzkrieg vielleicht. Nein, ich meine Cutter. Ich bleibe mal kurz hier. Mal gucken, ob der Gegner kommt. Man sich jetzt hier schon auf die Lauer legt. Na, da nicht lang. Da steht ein Wort. Du musst uns ein bisschen sneaky machen. Oh, da komm, das Cutter holen. Justin, ich komm mal. Alter, wie viele wollen denn noch kommen, Alter. Ich hab dich, ich hab dich, ich bin mit nem Farm fast immer gleich auf. Jetzt hab ich sogar einen mehr. Das dürftest du gleich ausbügeln. Ich verreck die ganze Zeit. Aber klaut mir den nicht. Das soll meiner sein. Hast du ihn gekriegt? Ja, ich hab den gekriegt. Ich hab mir den überlassen. Gut. Der weiß es doch, was es heißt, ein Jungler zu sein. Man muss ihn ja nicht jeden überlassen, aber wenn man den Magier in den Gamer, wen es einen überlässt, dann ist das Ganze in Ordnung. Ey, die Wichser sollen auch mal pushen, Alter. Ich will farm. Ich bin allzu weit entfernt, jetzt muss ich den scheiß Jungle clear. So, ich bin hier. Gibt sie das? So, guck mal, die Wave einfach mit der QE-Kombi zack gekriegt. Ich hab Ulti bereit. Das mal vorab. Oh. Und ich bin schon langsam. Da hab ich welche eingefroren. Ja, drei, zwei. Okay, weg, 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 weg. Alter. Was ist das? Schön, ich wollte flashen. An dem Moment tanzt sie mich auf einmal. Alter, auf den. Ey, kommt da plötzlich Karton hier, ey. Boah, ich hab keinen Bock mehr. Hallo, die haben kein Tower von uns. Auch wenn sie vielleicht manchmal, guck mal, wir haben mehr Killed als die. Auch wenn es für uns beide nicht gut steht, wir rocken das Game trotzdem noch. Also für uns drei. Nicht unbedingt toll. Obwohl, ich stehe mit einem Kill positiv. Das ist nicht schlecht. 4-3-3 ist ganz akzeptabel eigentlich. Für den Anfang. Ich spiele ja Lissandra auch nicht lange. Also ich schätze mal, ich muss wieder mehr mit Justin unterwegs sein, weil er kriegt das alleine nicht gerallt. Zu Hannes gegen diese Wurschaftung hoch. Ja, immer gegen drei warst du nicht, ne? Also das ist jetzt gerade drei versus zwei. Alter, guck dir mal, guck dir mal unseren Farm an. Ich komm runter. Ich gefriere sie. Na Keule, wer macht wohl mehr Schaden? Du oder ich? Ich wollte gerade sagen, wer ist das tot? Na dann, auf geht's. Ab durch die Mauer. Hey. Seid ihr mit dabei? Pass auf, du hast es von hinten Oh shit, Alter Da kommen sie alle Elend Oh Der macht ganz schön Schaden, dieser Echo Jetzt nicht mehr Doch, wo ist der andere? Wo ist der andere jetzt hin? Still don't know Irgendwo Da oben Ich geh nach unten und fahr mal jetzt Das war knapp für dich Kumpel Oh Gott sei Dank Aktiviert sich jetzt hier wenigstens der Dingsstab Okay, Leute, weg Oh Oh Ast, warum hat der den Grab noch mal? Ich wollte gerade noch mal weh, aber ich war irgendwie zur Kraft gesetzt Ich habe einfach nur gesehen, ich habe eher als der gegnerische Blitzkrieg meine E aktiviert und er haut mich einfach eher hoch Aber wen sieht es nicht so aus, als würden sie, ich glaube, die machen jetzt Baron Nee, 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 guck mal, da ist der ADC Ja Okay, Justin, das hast du geil gemacht Du wärst jetzt eh tot gewesen, aber noch einen mitten zu nehmen, das war eigentlich Tö, Fotzen So, was seh ich, ähm Lalalala, nicht im Let's Play Okay Also, ähm, naja, ich mach das ja Gottverdankt nicht, aber irgendwie Aber wetten, wetten die Dings, die Ari ist da Die Ari? Ja, die ist doch richtig gefickt, wenn die da oben jetzt alleine Welche Ari? Äh, oh man, wie heißt diese, wie heißt diese komische mit diesen komischen Dingern Akali Oh, Entschuldigung Bin ein bisschen neben der Spur Das nehmen wir sowieso nicht auf Also, ich möchte nicht, dass es ins Internet kommt Warum nicht? Ist mir viel zu peinlich Gerade, dieser scheiß Versprecher Das heißt, dir scheißegal, ich möchte mich nicht blamieren Ja, juck mich nicht Trotzdem, ich hab heute keinen Grund, wieder einen Streit anzufangen Ich hab recht an Ton und Bild Ah, der Echo ist hier Okay, da stand doch gerade 100 pro der Echo Ah, 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 Achtung Ey, die kämmt da einfach die Fotze Ich will sich an dich hochfielen Tja, die merkt, die kennt die Schwachstellen des Teams Die hat einfach einen Megaschaden, die hat einen Megaschaden Es ist Quinn Ja Hä, warum trifft denn dein Dings nicht? Ich weiß es nicht, halt gerne mal genau auf die Champions Trotzdem passiert da nichts Haha, schöne Kombo Ulti kam da gerade recht Ich würde mal back gehen Oder sollen wir weiter kämpfen Okay, siehst du mich auch gerade, wie ich mich bewege, ohne mich zu bewegen? Ja, wie geht denn das? Siehst du mich laufen? Ja Siehst du, wie ich bugge? Ja Mhm Ziemlich creepy Rangeboolt Los, schnell jemanden grabben Na, 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 na Alter Sieht man ja Sieht man ja, nein Das ist nicht nur an der Fähigkeit Weil ich mit einer Kombi so eine ganze Wave klären kann, ohne Probleme Nur den kennen wir nie, da muss ich ein bisschen mehr drauf machen So Haben die irgendwelche Tanks, die auf Magierresistenz gehen? Ja, dann muss ich ja wohl nicht leeren Stab kaufen Also Ja, kaufe ich Weißt du, was richtig miese Scheiße ist? Was denn? Was denn? Ähm Security Ähm, Leid Sonia Auf ihr Ja, das bauach auch gerade habe ich gerade herausgegeben bevor du das gesagt hast habe ich mir direkt schon den arm schutz des suchenden das war alles was ich mir kaufen konnte die alte pflicht nur durch die gegend hier schlitz juckt mich nicht ob ich sterbe oder lebe hauptsache die gegner kriegen ordentlich aufs maul kriegen sie auch davon abgesehen soll ich mich mal oben zerstörer holen fürs diven oder doch lieber zick ist hier rollt also tic das ist ein portal wo leeren wesen tower pushen irgendwie so 20 milions auf einmal damit die sender fahren macht spaß entweder wird akadi da gleich elendig verrecken oder die gegner trauen sich gerade nicht das hier sehen müssen ja so heißt es spiel wenn die ganze zeit von mir die hätte ich jetzt eigentlich noch gefickt die quinn aber dann kann man rücken noch jetzt komme ich eigentlich gegen quinn an los sonja also jetzt habe ich jetzt hat genau genug um die direktion jetzt zu kommen was denn hallo du bist gerade am shoppen ach so jedoch nicht ich dachte du warst oben du wärst da oben gewesen gerade die so alle backport gemacht haben und das war ja nur blitzkrank ich dachte wärst du auch irgendwo tschuldigung aber dein farm ist gut für nirgendsum kann ich nirgendswo fahren ich clear immer eine wave genau immer eine richtig lustig ich könnte alle die alleine machen aber da ist er noch stehen geblieben als ich meine eh gemacht habe könntest du alle sie alleine machen und würdest du nicht sterben allein schon gegen den eco ich habe gerade hallo ich alleine würden hat mich dann gestand hat er kulti gemacht und dann bin ich dort gestorben okay aber vielleicht erst mal weg ich glaube einfach und die sind sind tot ich habe heute kannst noch ein gruppe ich wollte noch in der luft in der luft ich schwöre es dir in der luft werden wozu er ist ja noch hier ich war ehemalig mal in die support main und hiermit endet jetzt das let's play wollt ihr noch irgendwas sagen jungs wir waren gut wir waren ziemlich gut am anfang vielleicht nicht aber am ende habe ich mich deutlich gebessert ich mich ja dann liebe leute dann wollen wir mal hoffen dass ihr das ordentlich teilt auch liked und auch vielleicht ein abo hinterlässt naja es ist das erste let's play von daher wir versuchen uns und für das versuchen uns auch zu steigern wenn ihr ein paar tipps schreibt schreibt doch einfach unten in die kommentare na dann ciao